Unsere Mitarbeiter vom ambulanten Pflegedienst Sympathie kümmern sich individuell um hilfebedürftige Menschen im Raum Herne, Bochum, Recklinghausen und Kastrop-Rauxel. Nach dem Motto die Sonne ihres Herzens unterstützen wir Patienten mit unseren Teil- oder vollkompensatorischen Pflegeleistungen. Neben der Behandlungs- und Grundpflege bieten wir ihnen auch Hauswirtschafts- und Betreuungsleistungen an. Zusätzlich sind wir spezialisiert auf die moderne Wundversorgung. Da unser Team aus deutsch- und türkischsprachigem Personal besteht, erhalten sie unseren Service in beiden Sprachen. Zudem sichert ihnen unsere 24 Stunden Pflegebereitschaft Hilfe im Notfall.